Was geht ab, meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin hat sich genauso bewegt, wie wir es gestern besprochen haben. Wir haben unseren Support getestet, wir haben Liquidität aufgetankt. Trotzdem gibt es ein kleines bisschen was Negatives, wo wir ein bisschen drauf eingehen müssen, was möglicherweise die positive Stimmung trüben könnte. All das werden wir uns auf jeden Fall jetzt gleich im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr nämlich auch eine Benachrichtigung und in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Derzeit gibt es auch Black Friday bei TradingView, auch dazu findet ihr unten den Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ordentlich Rabatte holen. Ich glaube, billiger kriegt ihr TradingView einfach nicht als in dieser Black Week derzeit. Also kann ich euch nur ins Herz legen, euch das auf jeden Fall zu holen. Gehen wir jetzt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 37.344 US-Dollar. Und wir sehen, das war gestern der Weg, den wir eingezeichnet haben, runter in Richtung 36.700 bis ungefähr 36.600 US-Dollar. Und wir haben genau eben diese Range jetzt erst einmal geschafft, nach unten hin zu testen. Wir haben einen Support gekriegt. Wir hatten eine schöne Candle. Wir gehen mal ganz kurz in einen 1-Stunden-Chart, das sieht man so ein bisschen besser. Wir hatten hier unsere Candle nach unten hin, nachdem wir hier oben ans Golden Pocket gekommen sind. Schneller Abverkauf und dann ging es sofort wieder hoch. Ein paar Stunden später hatten wir den gleichen Abverkauf nochmal. Wir haben aber, wie gesagt, den Wig hier noch hinterlassen. Und das ist genau das, was ich gerade im Intro gesagt habe. Dieser negative Faktor, den wir derzeit haben, sind einfach diese beiden Wigs, die absolut ugly aussehen. Wir hatten ja gestern unsere Vector Candles auch angeguckt. Da habe ich ja darüber gesprochen, dass die Möglichkeit auch ausreichend ist, dass wir 50% oder ein bisschen mehr als für diese 50% dieser Vector Candle abholen. Das haben wir gemacht. Wir müssen diese Vector Candle nicht komplett abfüllen. Aber, wie gesagt, durch diesen langen Wig bin ich jetzt etwas vorsichtig. Ich bin natürlich long reingegangen, das ist nicht das Problem. Aber, wie gesagt, ich traue dieser ganzen Bewegung nicht. Gleichzeitig ist es auch in der Gruppe schon zu sprechen gekommen, wir bilden derzeit überall diese Head & Shoulders Chart Pattern. Und das ist nicht nur bei BTC derzeit der Fall, das ist auch bei vielen, vielen Altcoins der Fall. Also es gilt jetzt hier wirklich vorsichtig zu sein. Ich habe auch die Position jetzt deutlich abgesichert. Also ich bin hier auf Stop-Loss-Entry und alles ist gut. Mehr werde ich an dieser Position nicht machen. Ein positiver Faktor, der gestern reinkam, und zwar ist es das hier. Die USA fordern Binance auf mehr als 4 Milliarden US-Dollar, um das Strafverfahren zu beenden. Also mit Geld kannst du dir heutzutage wirklich alles kaufen, was das wirklich mit Recht und Ordnung zu tun hat. Das braucht mir keiner da drüben zu erzählen. Egal, wie viel Dreck Binance am Stecken hat mit 4 Milliarden, das zahlen die wahrscheinlich aus der Portokasse. Easy going. Und der Markt pumpt weiter. Und genau so hat der Markt dann gestern auch wieder reagiert. Schöne Candle nach oben. Wir schaffen es aber, wie gesagt, nicht einerseits, hier oben unsere Hochs durchzubrechen bei 38.000 US-Dollar. Aber das war klar, dass diese Woche eh sehr, sehr wenig Liquidität im Markt sein wird. Ich meine, Thanksgiving, USA sehr, sehr ruhig. Wir haben die Stock-Indizes, wenn wir da mal ganz kurz reingucken, die aber weiterhin pumpen, aber auch nicht mehr in dem Ausmaß, dem es letzte Woche so weiter ginge. Also wir sind momentan einfach in einer kritischen Phase, wo es sofort, also wirklich sofort nach unten hin ballern kann oder der Trend halt nach oben hin fortgesetzt werden könnte. Was auch interessant ist, wenn wir uns das Fibblevel mal ganz kurz angucken, sehen wir auch, wir sind gestern genau hier eben ans 0786er gekommen, genauso ans Golden Pocket. Also die Zielzonen wurden alle erreicht, Kurs könnte eigentlich weiter nach oben, aber uns fehlt so richtig die Frische. Und irgendeine News etc. pp. brauchen wir wahrscheinlich, um den Kurs weiter nach oben hin zu jagen. Wie gesagt, wer jetzt long ist, einfach Stop-Loss Entry und lasst das Ding laufen. Short wäre mir weiterhin, und da bleibe ich auch dabei, ist mir diese Zone hier oben einfach zu groß, beziehungsweise zu riskant, hat einfach den Aspekt, ihr seht es hier drüben, die Ineffizienz plus eben unsere riesige Daily Supply, da ist nicht mehr wirklich viel Widerstand, den es zu durchbrechen gibt, beziehungsweise da können wir einfach so durchballern, vor allem mit den ganzen Short-Positionen, die sich hier tagtäglich immer weiter aufbauen. Funding Rates sind wieder relativ normal, also der Kurs, beziehungsweise alles hat sich ein bisschen stabilisiert. Und das ist eben jetzt gerade momentan so ein bisschen zwickmühle, das war gestern die einzige Long-Option, die ich gesehen habe. Jetzt müssen wir heute mal abwarten, sollten wir ausgestoppt werden, sollten wir nicht unter das 0786er wirklich drunter schließen. Wir haben jetzt hier zwei Wigs, wir haben eine Vektor-Candle, die nicht ganz gefüllt ist, plus, nochmal auf einen 1-Stunden-Timeframe. Wir hätten hier auch noch so eine kleine Demand-Zone, beziehungsweise eben diese Support-Zone, wo wir gestern schon mal drüber gesprochen haben, die könnte sich der Kurs noch einmal holen, wegen eben diesen zwei langen Dochten, wo sehr, sehr viel Liquidität, natürlich hier durch Binance auch ein bisschen dazugetrieben, dazugekommen ist. Also es gilt weiterhin vorsichtig zu sein, nach oben hin, sobald wir hier meiner Meinung nach die 38k rausnehmen, mit einem Stunden-Close drüber, werden wir wahrscheinlich Richtung 40k gehen. Ansonsten nochmal neue Long-Chance, wäre dann einfach hier unten und dann aber auch wieder mit dem gleichen Stop-Loss hier unten rein. Ja, gehen wir rüber zu Ethereum, wie es jetzt dort auch hier genauso verlaufen, wie wir es uns gestern vorgestellt haben. Kurs weiter nach oben gepumpt in Richtung 2052, wo unser Maximalziel war, hier in diese grüne Box abgeholt. Retest jetzt derzeit hier vollzogen von unserer Downtrend-Linie, also aber auch hier überhaupt keine Liquidität mehr da. Also ihr seht hier, der Kurs hat natürlich schön nach oben gepumpt, schön die Liquidität aus dieser Short-Zone hier oben rausgelöst und dann ging es nach unten auf unsere Downtrend-Linie und die testen wir jetzt eben gerade. Ihr seht schon, wir haben gestern ja darüber gesprochen, die Möglichkeit bestünde, dass wir hier dann unten in dieses Golden Pocket hier nochmal reinfallen. Umso länger ich mir das angucke, desto weniger glaube ich es ehrlich gesagt, wir haben hier noch zwei Vector-Cent, das könnte schon möglich sein, aber das hier unten ist jetzt einfach die Box ab 1973 bis ungefähr 1951. Das ist die Zone, wo ich gerne reingehen würde, würde auch dazu passen. Bitcoin geht nochmal runter in diese Zone und von hier aus können wir dann eben nochmal eine neue Long-Position starten. Es würde natürlich bedeuten, wir würden diesen Downtrend, diese gelbe Linie erstmal durchbrechen, ist aber nicht schlimm, vielleicht ist es auch wieder nur ein Wig, Wig, genauso wie wir es gestern hier bei Bitcoin hatten, Wig und dann die Liquidität aus dieser Zone geholt. An sich befinden wir uns dann im Aufwärtstrend, wir haben kein tieferes Tief, kurzfristig Seitwärtsrange, wir haben aber wie gesagt diesen Downtrend jetzt erstmal durchbrochen, bestätigt, also ein bestätigter Ausbruch und können dann jetzt von hier nach oben hin möglicherweise dann durchstarten. Also das wäre weiterhin hier diese Long-Option, wie gesagt zwei fette Vector-Centals mit einem 4-Stunden-Timeframe, was ja nochmal ein bisschen deutlich aussagekräftiger ist. Wir schauen uns das auf einen 1-Stunden-Timeframe an, hier haben wir zwei, beziehungsweise hier nochmal die dritte, also Entry wie gesagt 1.986 bis ca. 1.974, das sind die Zonen, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, die sich der Kurs in den nächsten Stunden oder im Laufe des heutigen Tages auf jeden Fall holen könnte. Gehen wir nämlich kurzfristig hier mal rein, sehen wir auch 0.65er, also nur von diesem letzten Aufwärts-Move würde es auch perfekt mit dem Golden Pocket hier eben übereinstimmen. Also Referenzen sind da, wir müssen gucken, was wir daraus machen. Wie gesagt, die Stock-Indizes ziemlich, ziemlich am Ballern, immer noch gestern nach oben hin, Nasdaq über 16.000 Punkte, S&P 500 am Pumpen und auch der Dow Jones weiter am Pumpen. Ihr seht hier schon das Setup von unserem Wochenausblick, hier wird immer, immer kleiner, beziehungsweise das Risk wird immer, immer kleiner, weil ich mich hier noch nicht reingetraut habe, aber wir haben jetzt theoretisch alle Hochs hier rausgenommen, also wir bekommen langsam oder kommen langsam hier in den shortbaren Bereich. Jetzt liegt es an euch, gerne mal eure Meinung unten reinschreiben, was haltet ihr momentan von der Situation, weiterhin Bullish, weiterhin Bearish, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, entspannten Tag. Wie gesagt, denkt hier an das Trading-Feeling, holt euch den Rabatt ein, weil ich glaube Premium sogar für 217 Dollar lohnt sich auf jeden Fall. Und ansonsten war es das von meiner Seite, wir hören uns heute Abend dann wieder, heute Abend gehen wir in die Podcast-Folge hier auf YouTube online, also auch jeden Dienstag wird die Folge hier nochmal auf YouTube hochgeladen. Und ansonsten war es das von meiner Seite, wünsche euch einen schönen, entspannten Tag, Kommentar unten reinschreiben, Like, Abo dalassen und ja, dann hören wir uns später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto und macht euch einen schönen Tag.